alle hinten naja ich glaube damit haben wir noch nicht gekämpft also wie so eine schildkröte oder irgendwo hat okay dann lasst man funke knallen da okay okay hat hat ein homing infekt ich glaube ja natürlich sieht aber sehr viel langsamer aus ja sie unterschätzt hat mach ich nicht auch gott das war mein fehler ich brauche eine schwanz schuppe und drei spannende schuppen nämlich mal an also möchte ich schwanz angreifen ja das wird ja lustig aber es ist sehr viel einfacher zu treffen als andere mich fragt die bühne er ist reingelaufen auch gott jetzt hat mich mit seinem schwanz ein berührt musste nachladen komm in die mine also gesehen ja ich glaube ich jetzt schon alles cool ist bloß ich habe weh bei meinem ja gerade ein paar probleme ab mit dem ding er hat diesen metronen auf mich geschossen nämlich verfolgt schlag in der handel okay das gegen baum gefahren da musst du abschließen ich kann dagegen nichts machen wie team work ich verstehe nicht mal ansatz weil die bedeutung davon wo treffe ich das ding überhaupt damit wenn es schaden macht schon ich versuche ja weil wenn ich das ja nicht was für eine attacke du da einsetzt der ich schieße irgendwie irgendwie da hatte ich so eine reichweite da muss ich schon das ist mehr wie so eine schroth wie ein schrothgewehr ja und habe ich schon die ganze ich weiß nicht da ist zwar keine schadensanzeige aber nimmt natürlich schaden weil ich auch nicht mal da hinten zwei so klopft ihr ein gedanke super jetzt kommt noch so ein dritter und sagt okay ich komme wir wissen dass sie voll ja mit wir meine ich mich ja da hat es gott gleich ist gameplay bro essen wie die astronauten das hat gesehen er wird jetzt eingelaufen ich bin so weit weg ich kann das nicht kaputt war es kalt kaputt gemacht warum in der durchgesprungen ich bin auch viel drauf wie bist du denn so hoch gesprungen so ein sprint angriff der strahl kommt heftig raus mal einfach design von einem krank erinnert mich an irgendwann ich weiß noch nicht was jetzt wieder meine rüstung oder hat gesicht irgendwie er weiß nicht dass sich hier was sagst du mir mir mein charakter die klappe sie hat lange haare und flügel inwiefern siehst du denn aus wie der nur weil du weißt ja wie du bist weg nein warum mit meinem schon wieder angezeigt ja das ist vor kopf verletzten eine herausforderung habe ich geschafft ich habe nicht gesehen habe ich so ein tornado verfolgt nachher der angeht man hass angeht erlaubt in die mine natürlich der zieht wird sich ein klopf nach dem minu vorbei ja ist reingeflogen daneben er wird zwölf die geht er hoch 800 geschlagen ja 800 schaden das ist für die schummelte gar egal danke dann über das jahr für mich abgewählt hat war eigentlich für mich bestimmt ja meine mine ist organen sicher der macht jetzt wieder seine eisblauen panter einfach weg schießen ja der ist in die mine reingerannt auch gott muss man heilung verwenden war kommt so viel wie auch muss ich dir noch in den nachschießen wenn ihr fehler müsste schon längst geschmolzen sein jetzt ist abgehauen oder geht alles gut war einfach das hat heilen dingen ich will zuerst was voller ap ich will trotzdem hallo mein gott hat nachschauen nein der baum ich habe meine mine hat irgendwie weiß ich nicht arbeit nein gefroren aus irgendein grund ja weil du die spitzen der boden berührt hast ja auch mich einzuführen wirst du die hitze seiner sprennen ist das nie wieder es mir in meine mine eingestammt heute schmack kollege nein ich war gar nicht am nachhören mit der mama ja ich kann ja damit schießen das war gut bs warum bist du denn immer besser als ich weil ich so schön so schlau bin nur weil du monstern da gespielt hast schweißgebadet warum ahnung ist warm ist das so nervenaufregend das spiel ja das auch das war schon das so in 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 in